Aidan. Luft in der Stützer. Wahrscheinlich. Kommt sie hier. Ich fär mich hier gerade immer mehr von der Mission. Ich glaube ich zweieinhalb Meter oder so entfernt davon. Ich bin echt begeistert von diesen Außenposten, die man sich da mal schnell hinnageln kann. Okay, sind sie da? Okay. 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 Ich fahre zurück zu meiner FG. Ich hole den Schlüssel. Ein Heli ist abgestürzt. Ich wurde entdeckt. Das nächste Heli ist abgestürzt. Genau aufs Gebäude glaube ich. Okay. Dreibeinstellung habe ich ausgeschaltet. Alles. Die Ganne habe ich auch ausgeschaltet. Die Ganne habe ich auch ausgeschaltet. Brauchst du Unterstützung? Ja, sehr gut. Genau, ich bin auf dem Weg, nur 6,5 Kilometer entfernt. Oh, der in den Kopf, der ist weggeflogen. Ich hab noch 15 Schuss. Löcher mal in der Pose, wo ich hin will. Okay. 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 Jetzt habe ich uns einen nach Ort. Oh, das sieht man. Exakt. Okay. 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 Let's start. Untertitelung. BR 2018 Gehst du hier rum? Gehst du hier rum? Untertitelung des ZDF, 2020 Fünf Schuss noch. Eine Frist. Jetzt hab ich noch zwei Schuss noch. Das ist gar nichts hier im Moment. Oh, fünf Schuss hab ich noch. Letzte Kugel verschossen. Ich besorg mir von den Ais jetzt eine bessere Waffe. Ich hab noch eine Elm mit. Ja. Ich hab noch eine Erwartung. Ich hab noch glücklich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.